Eine grausame, nie dagewesene Streitmacht bedroht alles Leben auf Erdwelt. Lange verschließen die Elfen die Augen vor der Gefahr und wollen die Rückkehr des Dunkelelfen Magok nicht wahrhaben. Doch Zaubermeister Faravin entsendet seine drei treuen Gefährten auf eine gefährliche Spurensuche. Dunkle Geheimnisse begegnen den Helden und stellen ihre Freundschaft auf eine schwere Probe. Michael Peinkofer setzt die Saga um dunkle Magie, Freundschaft und Liebe und den Kampf zwischen Gut und Böse fort. Hintergründe zum neuen Roman, Auszüge aus dem Buch, Interviews mit Peinkofer und Antworten auf eure Fragen im Pipa Fantasy Podcast. Hör alles über die Zauberer, die erste Schlacht und gewinn das Buch.